macht sich aber es ist günstig wenn man nur wenig lehm luft hat sind langer gang das sieht mir günstig aus ja mein glück gibt es hier nicht drei milliarden verknüpfungen das schaff auch nur ich oder da stopp der kippte mir nicht mal was muss man kurz gucken ob aber mit dem anderen teil noch irgendwas war das wollte ich nicht sagen hier gibt es nichts ja genau das wollte ich sagen das wollte ich beweisen nicht da scheint mir hoch zu gehen so ein puzzle schätze ich mal das darf man hier nicht einfach mal so unbeachtet lassen müsste das hier noch irgendwo was war das kann ich einfach nur in gang nach sonst wo sein dumme ist bloß ich habe keine ahnung wo man okay das ist ja gar richtig spontan richtig gegangen mag ich gefällt mir wieder ja stirb du hast eine geschicklichkeit ohne quade gefunden drücke im richtigen moment und einen energie vorrat optimal aufzufrischen und ich warum muss ich so langsam reden ich habe gedacht das reagiert ein bisschen spät deswegen sollte man dort lieber zu früh drücken als zu spät insbesondere wenn man noch wenig leben hat und in einer gefährlichen situation ist da oben komme ich gerade nicht hin die fähigkeit noch nicht das schaffen ist irgendwie gruselig das ist ja keine ahnung der luigi aber naja nun gut nehmen wir einfach mal weiter weiter was haben wir uns eigentlich schon alles in der map hier ach wir haben alle noten wir brauchen nur noch eine honig war bei einer seite drückende 5 puzzle teile okay sonst zwei noch ein singe alle brüste teile sind sehr wie fertig sage ich mal und mehr gesehen da kommt man nur durch andere welten oder durch einiges ran eine sei die seite Wo weiß ich, wo Eevee ist? Bei Jinju... Bei dem Jinju bin ich mir allerdings nicht sicher. Ein paar Präsentale kriegen wir noch. Es ist ein paar. Vielleicht sind es wirklich nur zwei. Äh, ja, ich wollte gerade meine Fernbedienung... ...mein Gamepad schütten. Ja, das kommt davon, wenn man die ganze Zeit Super Mario Galaxy suchtet. Ja, Trüten, könntest du mich von diesem wirklich schlechten Dilemma befreien? Wer bist du überhaupt? Ich bin Kanarien-Galler. Ich will immer vorausgeschickten, die gehen immer auf Galen zu überprüfen. Wenn ich gestorbt war, hätte man gewollt, dass es nicht sicher ist. Nett, ich kann mir schönere Jobs vorstellen. Sie haben mich zurückgelassen. Vielleicht, ich mache es nicht mehr lang. Keine Bombe, Kasui wird den Käfig aufbrechen. Wenn ich sein muss. Ja, ich bin frei. Also, im Moment will ich ein solches Abenteuer bereichern. Aber sie hat nicht einmal ein Postloch. Gah? 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 Ah! Falsch! Ich weiß, wo der Jinjo ist. Doch die... Okay, Jinjo und Baita haben sich geklärt. Gut. Achja, das wird jetzt ein Spaß. Dabei bin ich nicht so müde. Falsch! 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 Ich wechsle bei der Stimme von dem komischen Vorhilfe hier. Immer zwischen Banjo und irgendwelchen anderen. Das hört man vielleicht. Ach, nehmen wir einfach nur Technik und hauen einfach die ganze Zeit. Mit zwei Fingern drauf. Mit einem Finger reicht ja auch. Doch nicht. Oh, das ist so gut. Oh, das ist so gut. Yeah. das geht auf die zeigefinger wir sind schon für ganze zeit von vorzockt belastet ich glaube wir haben dich besiegt genau dann können wir dieses glitzende ding haben was ich fand bevor ich den käfig gesperrt wurde ich weiß nicht mehr was es ist und stecke tagelang oder mein flügel ich weiß nicht ob wir es denn noch haben wollen ein komprimiertes puzzler was war jetzt ein wie langsam fühlen sich meine flügel besser an sollen wir den weg zurückjagen hüpft auf die dräne wenn du glaubst mich noch mal schlagen zu können ich kann nicht immer schlagen ich weiß nicht ob ich meine finger mitmachen tut mir leid wenn sich das etwas komisch anhören sollte aber ich musste muss das gamepad auf dem tisch packen nein mir doch egal nehme ich eben genug technik hört sich doch schrecklich an ist es auch die arme x-taste ach ja und wie geht es euch so heute ich glaube das muss ich unbedingt leiser machen das tut ernsthaft spiel ich habe vorher 24 mit 10 stunden rückerlexe gespielt ich lasse es jetzt aus und sonst noch nicht ich glaube ich war ganz lange nur wenn du sagst du ist ein altem miene ich werde euch die folgen tschüss freunde vielleicht sieht man sich mal immer wieder haben wir denn überhaupt dieses puzzle schon ich frage mich immer noch haben wir das schon geöffnet ich glaube persönlich ja das haben wir ganz am anfang schon gemacht ich glaube persönlich ja das haben wir ganz am anfang schon gemacht oder wir haben es auch nicht geschafft nicht gemacht gut zu wissen das haben wir schon mal 7 von 10 also ist das stunden für so kurz noch mal ranrutschen also aus diesem rohr da ist der tschung der uns noch fehlt uns fehlen noch drei puzzle teile und und ich habe leider keine ahnung also ein puzzle teil ist klar dort am wasser feier da ist das eine puzzle teil weil irgendwas hier nicht dran kommen werden und man bekommt da raus ja ok Okay. Dann kriegen wir noch ein Puzzleteil von dem hässlichen Maulwurf. Ähm, dem tollen Maulwurf. Und dann noch eins von Brigette Blanco. Brigette Blanco. Das ist der Boss von dem hier. Also, das Zugmonster dort. Von dem ich ja bereits erzählt hatte. Später haben wir's denn? Naja. Lust habe ich jetzt wieder aufzunehmen. Schön. Keine Ahnung warum ich jetzt gerade hier aufgeh. Oh, jetzt rechte ich noch einmal. Warum haben die so kurzfristig überhaupt leider noch einen Schalter eingebaut? Ja. 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 in der speziale haben noch ganz speziell hat ein glück aber kann es nicht erreichen also du musst drücken die andere wahl und zwei der spezialeier mehr schon stopp und stopp ganz zum schluss ein mal um den noten schlüssel zu bekommen und dann könnte ich mir auch den eisschlüssel dahinten da sind irgendwelche viecher der einen angreifen und da warte ich lieber den den wir bekommen werden hihihi hihihi drücken und jetzt kommt es aber wie goldbezugsbezug auf beine etwas minder bemittelt den gefeiern kann man ja ich habe keine mehr aber ich zeige euch doch wie man schneller schwimmt wenn sie nicht einfach auf seine arme nutzen kann Schuhe und Ruhe Wollen wir zur Schüte hoch? Ich weiß nicht, ob ich zur Schüte hoch bin. Ich glaube nicht. Oh nein. Oh nein. Ach, Genji. Genji hält sich ja die Augen zu. Schuhe markieren. Schuhe markieren. Schuhe aufs Glattdor. Schalten wir nochmal den Swap-Ding ins Wasser. Dann wird schon ein Gefahr. Schauen wir das in der Schuhe auf. Hinten so ein, wir werden ein Phill parse merken. ロwelche Denkling Kingston. Wo war richtig klar? Heeren? Schauen wir mal Pfeil mit Pfeil mit ihr. das ist dann alles die dinger sind heftig deswegen haben wir noch ganz wenig davon ich glaube nicht irgendwas muss es ja bedeuten haben wenn ein humor wo man zählt einfach es gibt nur ein mega und jetzt gehen und suchen und ich weiß ganz zufällig woher ist gut dann würde sagen bleiben wir stehen und ich verabschiede mich bis zum nächsten part aber